Ihr werdet es hoffentlich verstehen. Warum soll a² plus b² gleich c² sein? Ein sehr berühmter Beweis dafür ist, und dazu geht es, müssen wir natürlich ein rechtwinkliges Dreieck einzeichnen. So ein Dreieck machen wir mal. Okay, genau. Da haben wir c, b, a, a, b, c. Okay, a² plus b² gleich c² oder Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat gleich Hypotenose zum Quadrat. Vergiss erstmal die Beschriftungen von Winkel und so weiter, das interessiert uns erstmal nicht. c² geometrisch dargestellt ist nichts anderes als, dass ich das Ganze so mache, also ein Rechteck drauf mache. Also ein Quadrat meine ich ist auch ein Rechteck. Genau, wir machen daraus ein Quadrat. Wenn ich c mal c rechne, habe ich c². Das ist wie wenn ihr a mal a rechnet. Das ist Flächeninhalt eines Quadrats. So, das ist das Erste. Dann habe ich hier jetzt meine Dreiecke wieder. Hier habe ich einmal b und einmal a. Und hier habe ich das ebenfalls. Ist natürlich nur eine Skizze, sieht jetzt nicht perfekt aus. Aber hier habe ich ebenfalls b und ebenfalls a. Und genau dasselbe hier, a und b. Der Flächeninhalt eines Quadrats, haben wir gesagt, ist a mal a, beziehungsweise a². Okay, das heißt Seite mal Seite. Wie groß ist die untere Seite dieses Quadrats hier? Diese Seite, wie groß ist sie? Die ist nichts anderes als b plus a. Das ist die untere Seite. Und wenn ich das dann mal sich selbst multipliziere, dann habe ich b plus a mal b plus a. Und das wäre b plus a zum Quadrat. Das muss ich quadrieren. Okay, das ist jetzt natürlich nicht Quadrat, aber hier quadriere ich das. Das heißt, der Flächeninhalt wäre nichts anderes als a plus b oder b plus a zum Quadrat. Okay, 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 okay. Da seht ihr, erste binomische Formel. Also das ist der Flächeninhalt von dem gesamten Rechteck hier. Äh, Quadrat. Ist auch ein Rechteck, aber ihr wisst schon. Das Ding ist jetzt aber, ich möchte c² wissen und nicht das Gesamte. Das heißt, ich muss das hier jeweils abziehen. Flächeninhalt eines Dreiecks ist ein halb mal g mal h. So, g ist was in dem Fall? g ist b oder a, spielt jetzt keine Rolle, weil wir ein rechtwinkliges Dreieck haben. Und die Höhe, die Höhe in einem rechtwinkligen Dreieck ist eine Seite. In dem Fall ist sie jetzt a, weil ich b als Grundseite gewählt habe, habe ich ein halb mal b mal a. Das ist der Flächeninhalt von einem dieser Dreiecke. Okay, perfekt. Das habe ich jetzt viermal. Das heißt, ich habe viermal diesen Flächeninhalt. Also habe ich viermal den Flächeninhalt und das wäre dann viermal eineinhalb mal b mal a. Beziehungsweise das wäre nichts anderes. Upsala, das sieht jetzt so. Vier a wäre nichts anderes als zwei a b. Es wird ganz interessant, Leute. Weil jetzt, was wir jetzt machen, ist, ich muss diese Dinger vom gesamten Quadrat abziehen. Ich muss diese vier Dreiecke abziehen, dann habe ich c Quadrat. So, das gesamte Flächeninhalt, oder der gesamte Flächeninhalt, seht ihr hier, ist a plus b zum Quadrat. Das heißt, binomische Formel, a Quadrat plus zwei a b plus b Quadrat. Und jetzt kommt der Knackpunkt, ich ziehe diesen Flächeninhalt von allen vieren ab, den wir hier berechnet haben. Das heißt, minus zwei a b. Okay, und jetzt haben wir nicht mehr a, sondern wir haben hier c Quadrat, logischerweise. Weil a ist jetzt fürs Gesamte und c Quadrat ist nur für diese Fläche hier. Das ist c Quadrat. Das heißt, c Quadrat ist a Quadrat plus zwei mal a b plus b Quadrat minus zwei a b. Und jetzt kürzen sich die beiden hier weg. Und ich habe c Quadrat ist a Quadrat plus b Quadrat. Schon haben wir Satz des Pythagoras anhand dieses Beispiels auf ganz entspannt bewiesen. Und jetzt müsst ihr euch nie wieder fragen, warum a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat ist. Ja, vielen Dank.